Laptops oder auch Netbooks erfreuen sich einer immer größeren Beliebtheit. Schließlich kann man mit ihnen von fast überall aus ins Internet gehen oder auch arbeiten. Doch wie transportiere ich meinen Laptop? Sicher nicht mit einer Aldi-Plastiktüte. Wir haben nun Dirk Grünz von der Firma Petsay Snow am anderen Ende der Leitung, der uns sicher etwas zum Thema Trends und Material erzählen kann. Ja, also wir produzieren die Laptop-Sleeves aus echtem Neopren, auch in der dicksten Landstärke, die es am Markt derzeit gibt, damit das Laptop wirklich optimal geschützt ist. In verschiedenen aktuellen Designs, also zum Beispiel so eine leicht aufgeraute Sweatshirt-Oberfläche mit so einem Vintage-Aufdruck, kleine Blumenmuster im Japan-Design. Dann haben wir eine Tasche im Marina-Style, die ist dann klassisch gehalten, weiß-blau gestreift mit einem schönen gestickten Wappen unten rechts in der Ecke. Dann gibt es auch eher was für Männer. Das nennt sich GT Racing, das ist dann innen drin rot und hat außen zwei dicke schwarze Streifen, einmal komplett quer über die Tasche drüber. Dann gibt es was im Alpen-Design, nennt sich Orange Peak. Es ist so ein bisschen an die Albrausch-Sachen angelehnt, also was man da aus der Bekleidungsindustrie kennt. Dann haben wir was in so einem ganz modernen, ja so einer Art Ludwig XIV. Irgendein Paisley-artigem Design, was man auch auf Tapeten findet mit einem goldenen Reißverschluss. Also ein bisschen was Edleres, ein bisschen was Kitschigeres, aber doch durchaus im Trend liegendes. Das sind so die wesentlichen Highlights dieser Saison. So ein Pattern-Design haben wir noch, das ist so mit verschiedenen kleineren Symbolen. Also schwerpunktmäßig sehr, sehr bunt, aber nicht kreischend. Also Augenkrebs-mäßig einfach nur viel Farbe, dem Motto viel hilft viel, sondern schon auch, wie wir finden, anspruchsvolle Designs. Wir denken uns das auch nicht selber aus. Wir arbeiten da also auch mit Designern zusammen, zum Teil auch gar nicht mal so Unbekannten, wobei wir die namentlich nicht erwähnen, weil schon hier unsere Mark, unser Produkt im Vordergrund stehen soll. Schützt eine Laptop-Tasche denn auch bei einem Laptop vor Stürzen oder bei einem umgekippten Kaffee? Also unsere Laptop-Taschen sind wie gesagt aus dickem Neopren und originalem Neopren. Die sind vor allen Dingen auch frei von sogenannten Fluor-Chlor-Kohlen-Wasserstoffen, diese sogenannten PHAs. Das sind diese unschönen Ausdünstungen, die auch nicht ungefährlich sind. Also da haben wir keinerlei, das verwenden wir bei der Herstellung überhaupt nicht. Sie können, wenn die Taschen beschmutzt sind, die sogar auch problemlos per Hand abwaschen, die können sie sogar auch in die Waschmaschine tun. Wobei wir das jetzt nicht explizit draufschreiben, weil wenn sie es zu häufig machen, dann wird es halt schon keinen guten Effekt haben. Aber sie können es abwaschen, also wenn jetzt mal irgendwie ein Kaffee drüber gekippt wird. Und sie sind vor allen Dingen auch dicht. Also der Kaffee bleibt dann nur auf der Laptop-Tasche und ihr Notebook ist unter allen Umständen geschützt. Es hält sogar leichtere Stöße aus. Also wenn es jetzt irgendwie vom Stuhl fallen würde, sage ich mal, ist das Laptop durchaus geschützt, dass da also nichts dran kommt. Wo finde ich im Internet denn weitere Informationen? Also über petfasenow.com. Wir möchten uns an dieser Stelle für die teilweise auftretenden Tonstörungen entschuldigen.